Sie sehen ein Video der Reihe Bearbeiten von Online-Anträgen zum Digitalpakt Schule. Sie berücksichtigen einmal die Novellierung der Förderrichtlinie ab November 2021, dann die Überarbeitung des Online-Verfahrens ab Juli 2022. Die Videoreihe besteht aus drei Teilen. Eine Einführung und der Darstellung der benötigten Unterlagen und der allgemeinen Angaben für das Online-Verfahren. Dann eine Darstellung des Antragsablaufs und der schulbezogenen Angaben, also den Fördergegenständen und den dazu passenden Angaben aus dem technisch-pädagogischen Einsatzkonzept und der Fortbildungsplanung. Und zu guter Letzt eine Darstellung, wie Fast-Track-Anträge gestellt werden können. Sie sehen nun das dritte Video zur Bearbeitung von sogenannten Fast-Track-Anträgen. Was sind Fast-Track-Anträge? Sie ermöglichen eine gegenüber dem klassischen Online-Antragsverfahren beschleunigte Abwicklung von Förderanträgen zum Digitalpakt Schule. Die Fast-Track-Anträge müssen nicht im Online-Portal ausgefüllt werden. Sie haben die Möglichkeit, diese Anträge als ausfüllbare Text-Dokumente herunterzuladen und zu bearbeiten. Sollten Sie mehrere Fast-Track-Anträge stellen wollen, empfiehlt es sich, eine Mustervorlage herzustellen, die die wiederkehrenden Angaben zum Beispiel zu Ihrer Verwaltung enthält. Die Anträge können nach Bearbeitung nicht in das Online-Portal hochgeladen werden. Sie müssen sie ausdrucken, unterschreiben und postalisch an das Ministerium, Adresse MBWFK, Referat 3.15, übersenden. Soweit, so gut. Können nun alle Anträge zum Digitalpakt Schule mit Fast-Track-Anträgen abgewickelt werden? Nein, das geht leider nicht. Die Fast-Track-Anträge beziehen sich immer nur auf eine Schule bzw. einen Schulstandort. Welcher Fast-Track-Antrag für welche Fördergegenstände genutzt werden kann, zeigt die Grafik, die Sie gerade eingeblendet sehen. Sie können mit den Fast-Track-Anträgen also nur Förderungen zur Basisinfrastruktur und zur Präsentationstechnik abwickeln. Die Förderung von digitalen Arbeitsgeräten und schulgebundenen mobilen Endgeräten muss weiterhin über das Online-Portal erfolgen. Übrigens stellt das MBWFK umfangreiche Ausfüllhinweise für Fast-Track-Anträge zum Download zur Verfügung. Sie erreichen den Download zum Beispiel über einen Link in der Online-Beschreibung des Videos. Schauen wir uns einen Fast-Track-Antrag einmal genauer an. Wichtig wäre zunächst, welche Daten vor dem Ausfüllen zur Verfügung stehen sollten. Das wären einmal Daten der betreffenden Schule inklusive technisch-pädagogischem Einsatzkonzept und Fortbildungsplanung. Das TPAC wird in Anlage 3 dokumentiert. Diese Anlage vereinfacht die Angaben, die die Schulen zu leisten haben, noch einmal erheblich. Wichtig für Sie ist, dafür zu sorgen, dass die von Ihren Schulen ausgefüllte Anlage 3 Ihnen rechtzeitig zur Verfügung steht. Das gilt ebenso für die Fortbildungsplanung Ihrer Schulen. Für Fast-Track-Anträge soll die Fortbildungsplanung in die Anlage 2 eingetragen werden. Es reicht natürlich, wenn Ihre Schulen diese Anlage einmal ausgefüllt haben. Sie können sie dann für jeden Fast-Track-Antrag wieder übernehmen und anpassen und die Daten auch ins Online-Portal übernehmen oder von dort holen. Dann sollten Sie Ihr Support-Konzept bereits auf die Beine gestellt haben, denn im Fast-Track-Antrag bestätigen Sie, dass Sie als Schulträger Wartung, Betrieb und Support bereitstellen. Der Förderantrag beschränkt dies explizit nicht auf die beantragten Fördergegenstände. Sie sollten also bereits zusammen mit Ihren Schulen eine Übereinkunft erzielt haben, wie Sie den Service Ihrer Schul-IT gewährleisten wollen. In der Anlage 1 bestätigen Sie Ihre Maßnahmen, die Sie bereits getroffen haben, um Wartung, Betrieb und Support zu gewährleisten. Es geht in der Anlage nicht darum, dezidiert zu beschreiben, welche Vereinbarungen Sie mit Ihren Schulen getroffen haben oder wie Verträge mit Dienstleistern aussehen. Die Anlage fragt ab, wer den Service für die drei üblichen Support-Level leisten soll und wie dieser Service jeweils finanziert wird. Und zu guter Letzt ist eine Investitionsplanung für das jeweilige Förderobjekt, also die Schule oder den Schulstandort, notwendig. Es geht hier nur um die Investitionsplanung für die zu beantragenden Fördergegenstände. Allerdings empfiehlt sich dringend, die hier geforderte Investitionsplanung in eine Gesamtplanung für die jeweiligen Förderobjekte bzw. Ihre gesamten Schul-IT einzubetten. Nur so behalten Sie den Überblick, wenn Sie mit mehreren Fast-Track-Anträgen und womöglich auch Online-Anträgen operieren wollen. Nachdem die Vorarbeiten damit geklärt sind, gehen wir einen Fast-Track-Antrag einmal durch. Als Beispiel nutzen wir den Fast-Track-Antrag Kombi. Nach dem selbsterklärenden Eintragen Ihrer Stammdaten geht es in Punkt 3 um das Eintragen der sogenannten Bestandsmeldung. Diese Bestandsmeldung erfolgte online durch Sie im Sommer 2019. Je nachdem, ob Ihre Angaben aus 2019 noch heute Gültigkeit haben oder eben nicht, wählen Sie eines der drei Kästchen aus. Wenn es Änderungen geben sollte, tragen Sie diese bitte in die unten befindliche Tabelle ein. Denken Sie bitte daran, dass Sie in die Bestandsmeldung den Zustand eintragen, der vor der Umsetzung der mit dem Antrag beantragten Maßnahmen bestand. Dies ist vor allem wichtig für Anträge mit Refinanzierungen. Abschnitt 4 erklärt sich selbst. Die Anlage 1 haben wir eben bereits besprochen. Das gleiche gilt für die Fortbildungsplanung in Abschnitt 5. Allerdings ist hier noch einzugeben, wann diese Fortbildungsmaßnahmen beschlossen wurden oder werden. Das ist insofern bedeutsam, als dass es nicht reicht, wenn eine Schule ein Papier aufsetzt und zum Beispiel aus der Fortbildungsdatenbank Formix passende Fortbildungstermine übernimmt. Die Planung der Schule muss durch Gremien beschlossen sein oder werden. Das ist an dieser Stelle zu dokumentieren. In Abschnitt 6 wird das Einreichen des TPEX dokumentiert. Da Sie den Antrag verantworten, sollten Sie auch sicherstellen können, dass die TPEX Ihrer Schulen Sie rechtzeitig und richtig ausgefüllt erreichen. Ab Abschnitt 7 geht es nun um die Fördergegenstände, die Sie beantragen wollen. Die Tabelle für diese jeweils zu tätigenden Investitionen unterscheidet in die Ausgaben, die direkt für Fördergegenstände zu tätigen sind, und in sogenannte investive Begleitmaßnahmen. Das wären zum Beispiel Ausgaben für die Stromversorgung von Servern. Immer muss aber der Bezug der investiven Begleitmaßnahme zum Fördergegenstand klar zu erkennen sein. Dies können Sie immer unter Unterpunkt C eintragen. Und das sollten Sie auch nutzen. Detaillierte Angaben dazu finden Sie auch in den Ausfüllhinweisen zu den Fast-Track-Anträgen, die Sie ebenfalls von der Webseite des MBWFK im Bereich der Fast-Track-Anträge herunterladen können. Eine Bemerkung noch zu den investiven Begleitmaßnahmen. Überlegen Sie am besten bereits bei der Planung und Vergabe, wie Sie die Verbindung zwischen Förderobjekt und investiver Begleitmaßnahme darstellen können. Wenn zum Beispiel die gesamte elektrotechnische Ertüchtigung eines Gebäudes auch die Stromversorgung von Displays oder Servern enthält, ist später schwerer nachzuvollziehen, welcher Teil investive Begleitmaßnahme war und welcher zur Gesamtertüchtigung gehörte. Ein Hinweis noch zur Förderfähigkeit von Serverlösungen und interaktiven Displays. Die novellierte Förderrichtlinie hat die Förderfähigkeit von Serverlösungen und interaktiven Displays erheblich vereinfacht. Beide Gerätegruppen müssen nicht mehr gesondert begründet werden. Wenn Sie nun die einzelnen Gruppen der Fördergegenstände eingetragen haben, gilt es in Abschnitt 8, alle Investitionen noch einmal zusammenzuführen in eine Gesamtplanung. Hier ist zu beachten, dass neben den zu tätigenden Investitionen hier auch der Eigenanteil, Finanzierungsbeiträge dritter und der zu erwartende Zuwendungsbetrag aus dem Digitalpakt eingetragen werden soll. Ein Beispiel für das Aufsetzen einer Gesamtinvestitionsplanung finden Sie in den Ausfüllhinweisen auf Seite 8. Leider rechnen die Tabellen auf dem Word-Formblatt nicht automatisch. Es empfiehlt sich daher, zum Beispiel eine Tabellenkalkulation zur Vor- und Aufbereitung und Überprüfung der Zahlen zu nutzen. In Abschnitt 9 wird der Maßnahmenbeginn dokumentiert und eine Berechtigung für einen eventuellen Vorsteuerabzug angegeben. Nach Unterschrift und Stempelung kann dann der fertige Fast-Track-Antrag der Post übergeben werden. Bitte vergessen Sie nicht, die Anlagen mit einzureichen. Das war das dritte Video der Reihe zu Digitalpaktanträgen. Wir hoffen, dass Ihnen das Video gefallen hat und Sie weiterbringen konnte. Vielen Dank fürs Zusehen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020